Wer wird und wann die Sprache wiederfinden? Wenn Apollon dir in den Mund spuckt, dann bedeutet das, du hast die Gabe, die Zukunft vorherzusehen, aber niemand wird dir glauben. Dass die Toten schlanken, das sagt man so, wahr ist es nicht. Ihre Augen stehen auf der Erde. Ich will die Bewusstheit nicht verlieren, bis zuletzt. Ich will die Bewusstheit nicht verlieren, bis zuletzt. Ich will die Bewusstheit nicht verlieren, bis zuletzt. Ich spürte, dass der König gegen alle Gründe, die dem Krieg entgegen standen, schon erblindet war. Und was ihn blind und taub gemacht hat, das war der Satz der Truppenführer. Wir gewinnen. Was immer noch geschah, nicht mehr verließ. Gegen eine Zeit, die Helden braucht, richten wir nichts aus. Das wusstest du so gut wie ich. Das Licht erlischt. Sie kommen.